Hallo und herzlich willkommen zu Half-Life 2 mit dem Steffen Wegener von Wegener Designs. Und wir werden jetzt mal ihn gerade direkt mal töten. Auch nicht schlecht. Ah, der sitzt da im Fenster. Ich werde verrückt. Ja, da blieb meine Wirbelsäule übrig. Ja, es kommt man gerade angespawned und schon wird man gekillt. Also ich gehe nicht mehr in diesen Hof. Das gibt es nicht. Da bleibe ich weg. So gut. Ah, toll. Man spawnt da ja direkt. Ja, das machen viele hier. Na toll, ich bin auf einem Dach. Na toll. Ja, ha. Okay, wo warst du? Unten. Unten, wo? Irgendwo drin. Da drin. Wo warst du? Da drin. Kann man sich auch hinsetzen? Ja. Cool. Hinhocken mit Steuerung. Ja. Ey, die spawren direkt hier vor meiner Schnauze. Nein! Da kann man auch so viele Leute abweilern. Ja, das, das finde ich eigentlich nicht so schön hier. Also die Map finde ich nicht so toll, muss ich sagen. Dann musst du ganz schnell 50 Leute abweilen, dann kommt auch sofort die nächste. Ja, okay. 50 Leute, sagst du? Ja. Und das heißt jetzt nicht zwangsläufig 50 Mal mich abweilen. Nicht? Ey, ich hab den zuerst abgeknallt. Was soll denn der Blödsinn? Oh, ey, ist doch zu verrückt werden. Das ist echt zu verrückt werden gerade, ey. Oh, bei mir auch. Oh Gott. Oh, Mann! Ja. Wo warst du? Ah. Nein! Den einen gekillt, der andere killt mich, das gibt's doch nicht. Im Hof gibt es jetzt zwei Hättenschützen. Ja. Dachte ich mir schon fast. Ja. Aber der eine killt hier alles, habe ich das Gefühl. Herzlichen Glückwunsch, du bist tot. Danke. Äh, bitte. Bitte, bitte. Bum, 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 bum. Oh, hier war mehr los. Gehen wir wieder hier ins Rück. Ah, diese Fässer halten einen auf. Das gibt's doch nicht. Juhu. Okay. Hallo. Alter, du kommst mich ja wirklich besuchen, 50 Mal. Genial. Genial. So, dann gucken wir doch mal. Wo sind die anderen? Ich treffe nämlich irgendwie immer dieselben hier an. Ja, vor allem. Ja, ich glaube, ich renne hier die ganze Zeit nur im Kreis. Kann das sein? Ich, ich habe hier voll keine Orientierung. Die ist so schlecht. Ich muss mal woanders lang hier. Warte mal. Hey, gerade hab ich schon drauf. Bum, du kommst dich, Bum, du kommst dich. Nein! Das gibt's auch nicht. Ich hab vor mir eingesch... Ich hab vor mir eingeschossen. Verdammt! Oh, das gibt's auch nicht. Vorher daneben die ganze Zeit geschossen jetzt auch noch. Puh, also auf dieser Map ist eigentlich Campen das Angesagteste, wahr? Für die anderen eben schon. Ich renne hier nur fernlos zufrieden. Ja, ich hab grad Schiss, durch die Gegend zu laufen. Ha, hab einen. Puh, dich hab ich auch! Wolltest du? Okay, das war definitiv ein Spawn-Killer. Alter, ich wurde hier schon so oft gespawnt, äh, killt, äh, während ich hier gespawnt bin. Also, mhm. Puh! Puh! Nein! Wie hat er mich denn erwischt? Ich war doch dahinter! Ah, verdammt! Verdammt, 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 verdammt! Okay, wo ist der nächste? Mal sehen, ob ich die Entfernung treffe. Yo, treff ich. Spawn-Kill, aber nur weil du bei mir gespawnt bist. Ja, klar. Ja, ich bin da nur zwei Minuten vorher höchstens gespawnt, wo du aufgetaucht bist. Und dann war das irgendwie wie eine Einladung. Juhu! Das macht Spaß. Ja, hey! Schon wieder, du, du musst springen! Du musst dich bewegen! Ja, aber die... Hoch die Beine! Das ist fies! Du darfst dich beim Job so machen! Ja! Er ist am Platz! Das Spiel gefällt mir! Super! Also, fürs erste Mal spielst du doch verdächtig gut! Battlefield 3, also, es ist hier auch nur ballern, also, ich weiß nicht, irgendwie... Also, das war auf jeden Fall wieder eine geile Runde. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Half-Life 2. Macht's gut! Tschüss! Und tschüss!